hallo igen meine freunde vielen dank der bank schilder steini erstes ich habe irgendwo mal pecs gekauft ründchen ja meine freunde dies hier ist eine kurze zusammenschnitt für die nicht dabei sein konnten vom sonntag ich habe einen booster bei montag gekauft gehabt team rocket englisch erste edition einige von euch wissen ja dass ich sehr sehr viele karten da habe ich habe team rocket auch komplett allerdings in deutsch und in englisch aber englisch nicht erste edition deutsch schon erste edition aber nicht englisch und wir haben komplett reingelackt und man kann sogar sagen ich habe den kompletten ablauf irgendwo gekauft ich habe die ballfarbe gekauft die wir hatten ja unseren pool gekauft wir hatten kannst du dir nicht ausdenken ich wünsche euch viel viel spaß mit dem zusammenschnitt wir sehen uns am ende noch mal wieder weil ja da kommt noch was und auf jeden fall hier noch mal dankeschön an montag dabei sein durfte hat immer ist immer eine form von vertrauen ja weil klar ich habe für der pack nicht wenig geld bezahlt aber der gegenüber muss auch vertrauen dass er das geld bekommt und so wie gesagt dankeschön war ein super erlebnis auch im stream und ja jetzt aber rein da los also ich sage euch ganz ehrlich ich will den haben ich will haben diese diese karte ich will zumindest einen enton haben alter ich will zumindest einen enton haben enton mindestens habt ihr in englisch aber nicht erste edition das ist mein problem ich habe ein dunkles hypno in erste edition ein dunkles tragora die deutschen karten habe ich erste edition aber nicht die englischen also den den in englisch erste edition das würde ich schon fühlen der dac ala kasam das würde ich schon fühlen das wäre schon sehr sehr nice aber ist halt schwierig ne ist das schlimm wenn man den chatter sieht aus dem anderen stream über den chat rüber machen jungs ich habe keine ahnung ob man den sehen darf einmal durfte man den nicht sehen keine ahnung ja kommt sogar in die preise also die preise preise sehen auf jeden fall legend aus also keine ahnung wer die liste da gemacht hat aber das sieht das sieht gut aus bei media alter drückt mir bloß die daumen alter ansonsten werde ich sämtliche fischreier anrufen dass die den alle fische aus dem teich rausklauen bin einer gewerkschaft mit den fischreiern wenn jetzt gleich scheiße passiert oder mysteriöses zeug wo ich sag da geht was nicht mit rechten dingen zu ein anruf ich weiß nicht nene da der montag poké bälle gemacht wo die namen drin sind ich habe keine ahnung was für ball wir haben alle für mich ich bin kollege habt ihr gehört bin einfach der kollege da bustet die alle gar nicht was habt ihr bezahlt 1700 für zwei pack 350 haben wir da stein die hast du denn team rocket pack ja ja aber er meint er zu mir schickt 350 pass wisst ihr was ich frage ich habe 850 gezahlt ja ich doch auch meine aante relationship zu spülen bin ich will einfach nur ich will grünen ball haben gib mir ist für gutes oben eine grünen Ich? Was? Game 2. Ah! Jawoll! Broski! Halt deinen Maul! Halt deinen Maul, Monte! Scheiße, Broski! Das konnte ich mir nicht verkneifen, Digga. Du dreckiger Augenleger, Monte! Gamerbrother, aka bald in der zweiten Liga. Oh mein Gott, so grandios, Digga! Halt deinen Maul! Halt deinen Maul! Direkt nach mir! Halt deinen Maul! Ich bin voll verzögert, Alter! Super! Echt super! Also rein von den Holos so, Totok ist jetzt weg. Simsala würde ich übelst feiern. Simsala würde ich richtig feiern los. Ein reines Lieblings-Pokémon habe ich nicht eigentlich. Also ich mag viele. Ich mag viele. Anton ist halt schon super nice, finde ich. Garados hat sehr geile Artworks, finde ich. Mal abgesehen von Team Rocket, das fühle ich irgendwie gar nicht. Aber Simsala ist nice. Generell, Abakadabra, Simsala ist nice. Gengar ist nice. Gibt viele nice. Chat, ich löse gleich auf. Micky ist selber da, Lul! Wäre ich auch. Nee! Es war klar! Es war klar! Es war einfach klar! Es war einfach klar! Es war einfach klar! Es war einfach klar! Komm, mach Unge weg! Mach Unge weg! Ich hab den grünen Ball! Safe call, ich hab den grünen Ball! Oder hast du den Herzball? Nein, ich hab den grünen! Ich bin der Grüne, Alter! Oh, 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 oh! Der Grüne ist hier aber! Lass den Ball weg! Der Keller! Der Keller! Der Keller! Der Keller! Der Keller! Hab ich gesagt, ich hab den grünen? Das ist der grüne! Und ich hänge nach Wicked League! Hab ich gesagt, ich hab den grünen? Mann! Mach keinen Miesen! So, bis gleich! Mach keinen Miesen, Alter! Steini, ich wünsch dir viel Glück! Vielen Dank, mein Junge! Mach einen Anton, Alter! Soll ich für Steini aufmachen? Du machst auf! Okay, gut! Mach einen Anton! Anton Abra! Werde ich zufrieden! Anton Abra! Okidoki, Steini! Das ist dein Set hier! Push! Eins! Eine Energykarte! Perfekte Spritze! Finanzspritze kann ich mal gebrauchen! Ach Gott! Ich will überlegen, ob man eventuell die Karte nochmal hier rauftun, weil sie dann besser vom Fokus ist! Oh ja! Oh ja! Ist gut! Ist gut! Ist gut! Sehr nice! Anton! Bitte Anton! Anton! Die Gasattacke! Und jetzt deine letzte Karte! Ist das schon die letzte? Das ist schon die letzte! Okay! Ich will den haben! SimSala würde ich übelst feiern! SimSala würde ich richtig feiern, Jungs! Steini! Das ist deine Karte! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ja! Boah! 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 Gekullt! 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 Die Scheiße! Gekullt! Mann! GG, Digga! Steini! Da werde ich erst mal einen Sub verlängern hier! Hat er sie verdient, der junge Mann! Wahnsinnig! Kuss! Wirklich eine superschöne Karte! So strong, Alter! So strong! GG, Steini! Kuss! One Pag Magic! Ich sag doch! Ich will SimSala holen! Die ganze Zeit hab ich's gesagt! Ich weiß nicht, wie viel die wert ist! Das weiß ich nicht, Jungs! Aber es war einfach eine Karte! Die wollte ich unbedingt haben! Cuss! Sehr, sehr gute Arbeit! Vielleicht hau ich auch einen Fünfer drauf, dann auch auf die 850! GG! GG, Junge! So nice! Digga, vor allen Dingen, was bist du für eine Kornmaschine, du sagst, du bist ein grüner Ball, du hast einen Zahler und du hast einen Stimm. So, jetzt Pain und Solution auch noch die Daumen drücken, Jungs. Ja gut, wir hatten wenigstens letztes Mal was Gutes bei dir so, Brozy. Ja, meine Copons waren ganz neues. Sehr zufrieden mit dem Pack, sehr zufrieden. Also von den Holokarten, klar, man sagt immer Glurak und so, ist klar, aber meine Wunschkarte, meine Holokarte war wirklich Simsala gewesen und die habe ich auch bekommen. Ich wollte halt noch einen Enton haben, den haben wir nicht bekommen, aber Simsala nehme ich da dann doch schon eher mit. Ja Freunde, was soll ich euch sagen, das kannst du dir nicht ausdenken, dass wir wirklich Simsala 1. Edition bekommen haben. Sensationell, ich habe mich super gefreut, ich war super glücklich, habe man wahrscheinlich auch gar nicht an der Reaktion erkannt. Schön, sehr, sehr schön. Ja, falls dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Die Gewinner vom Vivid Voltage Pre-Release Opening habe ich bereits kontaktiert. Checkt eure Instagram DMs ab oder nochmal das letzte Video, da habe ich auch nochmal drunter geschrieben, wer gewonnen hat, als kleiner Reminder so. Wir machen aber heute auch nochmal ein Dankeschön passend zu Simsala. Ich verlose an zwei von euch, ich habe mir hier diese Blister geholt, ja, in Deutsch. Die habe ich privat für mich so ein bisschen aufgemacht, ich muss nicht für alles ein Video machen. Ich genieße auch manchmal die Zeit, einfach mal selber aufzumachen ohne Kamera. Ich habe aber zwei von den Dingern hier aufgemacht und ich würde die Promokarte sowie die Oversize-Karte jeweils an zwei von euch verlosen. Also dieses Set, klein und groß. Passend zu unserem Team Rocket Pull kriegt ihr die mit neueste Karte von Simsala. Zwei von euch ist wie immer gleich, ja. Abonnent des Kanals sein, weil ich möchte, dass ein Supporter hier gewinnt. Daumen nach oben auf das Video gelassen haben und einfach mit eurem Instagram-Namen kommentieren. Ja, und dahinter vielleicht ein netter Text zum Video, ja. Und dann löse ich das auf wieder in... Wann lösen wir auf? Ich löse auf, ich lasse das laufen bis zum 1. Bis zum 1. März lasse ich das laufen, damit ihr Bescheid wisst, ja. In diesem Sinne, ja, gebe ich auch ein bisschen was an euch hier zurück. Mache ich sehr, sehr gerne, ja, auch für euren Support gestern im Stream. Sensationell, Kuss geht da raus. Ich kann hier schon callen, ich bin noch einmal drin. Ich bin noch einmal drin, am 5.3., weil mir dieses Set... Ja, am Herzen liegt, hört sich immer so abgedroschen an. Aber ich finde, es ist mit eines der schönsten Sets und zwar Legendary. Und da bin ich noch mal drin, am 5.3. bei Chef Strobl, ja. Nur als kleine Information hier noch am Rande. So, das war's dann auch. Ich wünsche euch viel Erfolg. Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner vom letzten Dings. Und ja, dann sehen wir uns im Laufe der Woche hier wieder, ja. Maybe sogar mit einem Opening. Hab noch mal Hidden Fates rein bestellt. Aber werden wir dann sehen. Shining Fates kommt ja auch. Ist klar. Also, bleibt gesund, ich bin raus. Macht's gut. Tschüss.